Am 18. November 2022 veröffentlicht Cape Light Pictures Conan der Zerstörer aus dem Jahre 1984 das Sequel zu Conan der Barbar aus dem Jahre 1982 mit Arnold Schwarzenegger hier in einer Blu-ray und DVD limitierten Mediabock-Edition. Es erscheint zeitgleich auch noch eine DVD, wer warten kann, da bin ich mir sicher. Der kann sich dann in zwei bis drei Monaten die Keepcase-Variante ins Haus holen, wenn er sagt, ich brauche das Ganze nicht. Das haben wir ja schon hier bei Over the Top gesehen und wenn wir die beiden Mediabocks hier gleich mal miteinander vergleichen, dann haben wir zum einen eine Gemeinsamkeit, nämlich ein schönes Artwork von Renato Casaro. Aber auch einen Unterschied und zwar ist das Over the Top Mediabock hier glänzend gehalten. Conan der Zerstörer haben wir hier in einem matten Mediabock mit einer Beschichtung, die wir schon von zum Beispiel No Man of God mit einem Film über Ted Bundy hier kennen. Eine schöne, raue Beschichtung passt auch zum rauen Film und Ton des Films und außerdem haben wir hier noch den Unterschied, dass wir einen Rahmen drumherum haben. Das ist Geschmackssache, was jetzt einem besser gefällt oder nicht. Ich finde es nicht schlecht, ich finde es ganz schick. Wir gucken uns jetzt erst einmal dieses technische Datenblatt an. Wir haben zum einen die Inhaltsangabe, dann natürlich ein paar Szenenfotos. Darunter haben wir das Bonusmaterial, Audiokommentar vom Regisseur ist dabei, außerdem noch Audiokommentar von den Darstellern. Des Weiteren haben wir noch ein Special über die Filmmusik und dann haben wir auch noch den deutschen Trailer sowie den US-Kinotrailer mit an Bord. Hier unten links haben wir die technischen Spezifikationen. Der Blu-ray, der deutsche Ton kommt zum einen in einer PCM 2.0 Stereo-Tonspur daher, außerdem aber auch in einer DTS-HD Master 5.1-Tonspur, sowohl auf Deutsch als auch auf Englisch und natürlich haben wir hier auch noch deutsche Untertitel mit dabei. Hier drüben habt ihr dann noch die technische Ausstattung der DVD. Soviel einmal dazu. Wenn wir das Ganze umdrehen, haben wir hier das Portfolio. Wir sehen, hui, sie haben ihr Regal erweitert. Da haben sie ja noch Platz drin, also da kann es weitergehen. Unter anderem hier mit Bloodsport ab dem 18.12.2022 als 4K Ultra HD Weltpremiere. Also da dürfen wir uns dann im Dezember vor Weihnachten noch darauf freuen. Jetzt machen wir weiter mit dem Mediabook. Ich komme mal hier ein bisschen höher. Dann könnt ihr euch von dieser Beschichtung auch ein bisschen überzeugen. Und vom Druck, der Druck ist wie immer 1A, das Artwork fantastisch. Wie gesagt, von Renato Casaro, der hat sich hier unten auch verewigt. Auch die kleinen Figuren, Charaktere und Elemente hier sehr schön in sich. Ein absolut tolles, stimmiges Artwork. Hier haben wir dann den Spine, schön laserlich, Conan der Zerstörer. Und oben und unten haben wir ein paar Logos. Dann haben wir hier die Rückseite. Auch hier ein tolles Motiv mit einem Rahmen drumherum. Das Schwert ragt aus diesem Rahmen heraus. Deshalb kaum irgendwie noch größer zu machen, wenn man hier die Abstände links und rechts auch halten möchte. Ich fände es definitiv in Ordnung. Auch wenn hier oben jetzt ein bisschen mehr Platz ist, okay. Aber an sich finde ich dieses Layout von außen schon mal richtig gut gelungen. Von der Verarbeitung her ist es wieder völlig in Ordnung. Hier kannst du kaum irgendwas bewegen. Sehr robust, dicker Karton, der hier benutzt wurde. Dann haben wir alles schön sauber verarbeitet bis in die Ecken. Was mir persönlich aufgefallen ist, ist, dass wir hier keine richtige Falz haben und man hier so den Rand des Kartons sieht, der sich dann aber verläuft. Also unten sieht man es schön und hier oben dann etwas weniger, etwas besser sieht man das dann hier auf der Rückseite. Okay, ist jetzt halt wie es ist, wollte ich aber nur mal erwähnt haben. Dann machen wir das Ganze einmal auf. Hier haben wir ein Wüstenmotiv. Ja, passt zum Film und der Stimmung ist in Ordnung. Die Disc nimmt dieses Motiv wieder auf. Ist jetzt eher unspektakulär. Aber Farbstimmung und alles geht schon mal in Ordnung. Dann haben wir das Ganze wieder reingetackert hier. Schön sauber. Auf der anderen Seite keine Risse. Das ist in Ordnung. Das Papier ist auch okay. Und dann geht es hier los mit einem Text von Oliver Nöding. Der klärt uns über Muskeln, Monstern und auch mystischen Charme auf. Ja, der Anteil hier von Bild und Text hält sich gut in der Waage. Ja, Bilder auch mal beidseitig hier mit einem kleinen Textanteil. Das wechselt sich aber ganz gut ab, wie ich finde. Auch schön, dass das mal hier so drei Viertel rüber geht. Wie hier dann ein paar Textpassagen haben. Dann eben andersrum. Sehr gut. Dann geht es hier wieder weiter mit dem gleichen Prinzip. Die Bilder sind okay von der Druckqualität. Da darf man jetzt auch natürlich keine Wunder erwarten bei diesem älteren Streifen. Aber doch recht ordentlich. Tolles Motiv hier in der Mitte. Und dann hier, als würde Arni den Text lesen. Ganz witzig gewählt. Ihr seht es. Vom Anteil her passt das eigentlich ganz gut. Und hier kommen wir dann auch schon so langsam zum Schluss. Also völlig in Ordnung, meiner Meinung nach. Und zum Abschluss haben wir hier halt nochmal dieses Wüstensetting. Also, an sich ein echt gelungenes Mediabook. Meiner Meinung nach. Im Cape Light Shop ist das aktuell nicht mehr verfügbar. Aber noch bei Amazon und Co. Falls ihr euch dafür interessiert, guckt in die Videobeschreibung. Da verlinke ich euch das Ganze. Und wie gesagt, wenn ihr hier ein bisschen warten könnt, dann bin ich mir sicher, dass es hier auch noch ein Einzelrelease in der Keepcase-Variante geben wird. Die Blu-ray von 2011, meine ich, die ist ja leider schon vergriffen. Deswegen werden hier die meisten Sammler, denke ich, auch zuschlagen. Aber es gibt ja immer wieder Leute, denen reicht die Keepcase-Variante. Und abonniert dafür am besten den Kanal. Denn sollte die erscheinen, dann werdet ihr dabei in den beinah täglichen Blu-ray-News informiert. In diesem Sinne, danke fürs Zugucken, meine Freunde. Auf bald und Servus.